Bronckhorst ist eine Gemeinde in der Provinz Gelderland der Niederlande. Der Name stammt vom Adelsgeschlecht Bronckhorst, das im Ort gleichen Namens im Mittelalter seinen Stammsitz hatte. Orte Die Gemeinde entstand im Zuge der Gemeindereform vom 1. Januar 2005 aus dem Zusammenschluss von fünf kleineren Gemeinden, die im Folgenden mit ihren wichtigsten Orten genannt werden. Hengelow, Hengelow, Keinborg und Feldhöck, Hummelow und Keppel, Hummelow, La Keppel, Hoog, Keppel, Vordrempt und Achterdrempt, Stehenderen, Stehenderen, Bronckhorst, Backtoldeig und Euburgen, Vorden, Vorden, Kranenburg, Wichmund und Vieräcker, Zehlen, Zehlen, Welsweg und Halle. Die Verwaltung der Gemeinde befindet sich im Dorf Hengelow. Lage, Geografie und Wirtschaft Die Gemeinde bildet den Südwesten der Region Achterhöck oder Grafschepp zwischen der Isel, Isitfen und Dothentrem. Nur Vorden hat einen Bahnhof an der relativ unbedeutenden Eisenbahnlinie Sitfen-Wintersweg. Autobahnen gibt es in der Gemeinde nicht. Die Gegend ist stark von der Landwirtschaft geprägt. In Stehenderen steht die 1898 als Kooperation gegründete Aviko Kartoffelproduktefabrik, die eine der größten ihrer Art in Europa ist. Die vielen Herrenhäuser und Schlösser mit den dazugehörigen Wäldern und Parkanlagen ziehen viele Touristen an. Geschichte Der Ort Bronckhorst, der wie ein kleines Dorf aussieht, erhielt 1482 ein beschränktes Stadtrecht, wurde aber nie eine richtige Stadt. Als dieser Ort und die umliegende Herrlichkeit im Jahre 1328 durch Vererbung an einen Güsbert von Bronckhorst kam, bedeutete das einen Konflikt mit dem Nachbarn Hekerin. Diese Streit beeinflusste die Geschichte des Herzogtumsgeldern bis ins 15. Jahrhundert. Bronckhorst und Stehenderen hatten unter dem 80-jährigen Krieg nachhaltig zu leiden. Stehenderen brannte 1782 einmal nach einem Blitzschlag im Kirchturm völlig nieder. Vorden liegt inmitten von Herrenhäusern und kleinen Schlössern. Der Dichter Anthony Christian Winnens Taring, der hier starb, schrieb hierüber im 19. Jahrhundert einige amüsante Balladen. Zelem soll schon sehr alt sein. Der Missioner Liütscher soll hier gepredigt haben. Hengelo erhielt 1658 dk-sekunden Marktrecht. Seitdem findet dort ein jährlicher Pferdemarkt statt. Das malerische Dorf Humelo entstand 828 an einem Handelsweg in der Nähe einer Furt durch die Udaisel. Das in der Nähe gelegene Schloss Keppel wurde im späten 16. Jahrhundert auf den Ruinen eines älteren Gebäudes errichtet. Als 1672 Frankreich einen Teil der Niederlande erobert hatte, übernachtete König Ludwig XIV. Dort Sehenswürdigkeiten Bronckhorst und Humelo haben einen malerischen Ortskern. In Bronckhorst steht unter anderem ein kleines Museum über den englischen Schriftsteller Charles Dickens. Zelem hat eine sehenswerte, im späten 15. Jahrhundert erbaute Kirche. In den Parks und Wäldern der vielen Schlösser umfordern kann man schöne, ruhige Wanderungen und Radtouren machen. Die Schlösser selbst sind im Allgemeinen nicht zu besichtigen. Das gilt auch für das Schloss Keppel bei Humelo. Die Ise bietet Möglichkeiten zu Bootsfahrten von Reden aus, das gegenüber Bronckhorst liegt. Garten des Gartengestalters Pietudolf in der Brückstraat in Humelo. Sonstiges Auf dem Friedhof des Ortsteils Vorden liegt der US-amerikanische Soulsänger Arthur Conley begraben. Bilder Auf dem Friedhof des Gartengestalters getötet für den Blick Homelo. Untertitelung des ZDF, 2020